meins so dann sagen wir doch mal hallo und herzlich willkommen zurück bei seven days ich bin der zuwarock und da ist der koga njam 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 hab hunger ich sehe es gerade so wir machen uns mal kurz auf die stadt ne weil tag acht und immer noch keine horde irgendwie vermissen wir das ein bisschen aber naja vielleicht wird es noch kommen auto auto leer waren wir gerade parallel im leer sagen kann sein super führt er mich hier ins teil des todes könnte tatsächlich das seines todes sein ja weiß nicht wie keiner da warum ist denn da keiner da zum sterben sag mal ich sehe jemanden ja nicht den so ach gottes willen ja da ist unsere todeszone da hat niemand gesehen das ist gar nicht wahr das ist ein loch ja und hier zwei ach so ja gut gut da waren wir schon drin wollen wir gar nicht reinlauern da scheint mal jemand reingeklettert zu sein höchst wahrscheinlich ich weiß gar nicht fragt mich nur wie auf der anderen seite wenn wir jetzt hier durchgehen müssten da hinten noch wie sein also da liegen auf jeden fall welche die noch nicht tot sind ja hier ist auch noch irgendwas da hinten sind andere sachen das sieht mir aber aus wie ja warte mal hier sind gleich da gibt es ja gar nicht ein vogelnest auch hier der kamerad ist wach geworden wo ich sicher ob er hat die kopf verloren ja ja hallo haben wir schon gelutet nö haben wir nicht wie nö müllheimer ist noch voll ach großartig und da liegt ja noch was rum johens war eine pizza hier war eine pizza lecker 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 ich hätte einen motor im angebot motor ja ok hoffentlich ein guter motor ist nur noch stufe 1 ich treffe noch nicht mal super das läuft hier bei uns naja was du das ist du dich aha nischte rennsch habe ich nicht mehr ich habe noch eine aber die ist ja ist nicht viel mit los ich mache trotzdem ich klopfe dann mal vorsichtig an elektro kram er ist so gut naja gut ich weiß noch gar nicht ob da ein motor drin war gleich mal gucken kann ja sein ne und nicht mal ein motor drin und nur eine lampe na toll das reicht für einen moped schon mal na gut dann ist recht bis zu ja das geht doch viel fixer ja ja ganz hart an mir vorbeigegangen der schlag verdächtig leer hier drin ne oh level ab oh glückwunsch haben wir es denn haben wir es denn jetzt oder nö wie weit bist du denn doch eigentlich mal gucken level 25 können wir noch kein eisenwerkzeug erst mit 25 oder das ja großartig aber dafür lila ich freue mich jetzt schon oh ja ding 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 aber das ist kurios ne tag 8 noch keine horde das gibt es ja gar nicht ja dann wird es an tag 9 kommen offensichtlich kaputt haben wir noch nie gehabt ne ne ich glaube nicht aber irgendwann ist immer das erste mal das erste mal ja ich hoffe es tut nicht weh ne dann können wir doch nicht mal eisen crossbau bolzen habe ich mal kaputt gemacht ja da sind wir nicht so wild mit ne nicht unbedingt so leerer mühlcontainer leere nix alter was für ein wetter man da schickst du doch nicht mal ne noch nicht mal ein hund raus noch nicht mal einen untoten vor die tür das ist in der tat auffällig so viele sind da nicht weil mal dahin wollte ich ne da hinten ich weiß nicht wo du hin wolltest das mit dem gedanken lesen habe ich noch nicht so raus ne ich ne ja das üben wir nochmal ja und dann treten wir im fernseher auf erinnerst du dich an die fabrik hinten ja sollen wir da mal reingucken gehst du wieder oben drauf oh ja gerne wer ist denn hier ja wo denn ja wo bist du denn ja wo bist du denn ah da ah guck mal ich helfe dir mal auch guck mal die sind zu zweit ja helf doch bei uns mit ich bin der ist besser oh fuß 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 menschliche kinder ist richtig was los so hin die munition wieder wo sind sie raus acht mensch wenn man hält ihr nicht ich habe ja gesagt die sollen bei uns mithelfen ja nein das ist aber da merkst du wirklich dass sie schon ein bisschen nicht richtig nachdenken ganzes mal schwarzpulver richtig durch einmal ein ganzes mal ja wow ja ich weiß auch nicht das ist wahnsinn hoch war besuch da ja bis immer noch da draußen ist was bellend ist was bellend ist ja das ist nichts für fatti ich weiß aber noch nicht ob das was essbares bellend ist oder was nicht essbares aha was machst du denn da wo hast du den da gesehen bleib unten bleib unten ich habe nur gehört ja mein freund ich kann ihn nicht mehr treffen du hast nur gehört ja war das richtig so ein wauwau oder mehr so ich glaube mehr so ein wolf war ja geh mal hinten rüber so auf dem zaun den tue ich nur nicht hören tue ich auch nicht mehr okay gut kann ja auch sein dass wir da gleich rein latschen in den wolf oder was ist auch war da ist da ist da ist da ist da was im kopf ist da hin ja du bist der mann mit dem dicken messer wussten dass die gemessen ist ja gut das geht ich komme ja ich komme so muss repariert werden ich glaube ich kann ich das reparieren wo ja tatsächlich so schwuppsi weg ist es gab ein bisschen fleisch war jetzt nicht extrem viel sondern nur ein bisschen naja aber hauptsache fleisch ja wer ist mir gerade rausgekommen okay na gut die autos hast du sofort leergegeiert ne aber klar den restlichen loot hast du liegen lassen naja leergegeiert sagte einfach also ehrlich ach 18 uhr da hast du wohl recht aber gibt schlimmeres 22 uhr ja 21 uhr 55 ups wird zeit ja ruf mal fix das taxi ich trau den fahrern in dieser umgebung hier nicht so ne ist ein bisschen gruppe los glaube ich ja und ich muss auch ganz ehrlich sagen in den taxis riecht es ein bisschen naja wenn der typ da in teile liegt ne ja die letzten zwei fahrgäste noch da auf der rückbank rommodern ja also schönes weiches leder das war der letzte fahrgast aber der beißt nicht mehr kaputt okay na gut fortifying grip aha wenn helfe spiel auf 50 per cent gain one hit point every five seconds cool geht das auch an schusswaffen tja äh nö oh das klingt aber nicht schlecht ja ich hab ja versucht das zu modifizieren und dann entlade ich ja entladen ist doof bei schusswaffen da gebe ich dir recht zugleich ist die meine schraubenschlüssel ist im eimer ist doof ja wir haben keinen stahl zum reparieren nicht äh keine ahnung ob wir zu hause was haben tja gut ähm wie ist denn die tasche gut vielleicht ein bisschen holz sammeln und dann nicht immer nach hause warten ja aber das kann man zu hause sammeln denke ich ja das mal nach hause ja oh ist kalt wenig nein ich nö mir ist nur ein bisschen feucht aber sonst alles gut ja ich hab so ein bisschen frostdorfer brille ah out of stamina gut was ist denn das jetzt frage ich mich auch was ausdauer ist ach ja wirst du noch mit ja also wir sind da warten wetter mal die güte noch mal zu wer hat das nur bestellt muss ich ja wissen zum glücke regnet es bei uns in der hütte nicht wäre echt ein glück wer kommt denn da wer denn da sehe ich doch nicht bin zurückgefallen achso ich muss aber auch jeden scheiß hier aufsammeln und mitnehmen ja furchtbar ne so nach oben da ist ja noch was ein wetter ne furchtbar und dann sieht man die typen so schlecht nicht hoppala das bin ich das wäre fast in die hose da steht er wieder auf nö komischerweise nicht nö einer von der sollte liegen bleiben was ein glück nein oh ein rucksack oh leer ach nee ähm oh baum vogelnest hm kommentieren wir jetzt alles was wir finden hm oh krass nein hm 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 also baumhaus wird nix ne also nicht heute was habe ich denn an ähm ja ach die gefällt mir die achse ist cool ja und warte mal auf die neue irgendwann so in fünf level vielleicht jetzt habe ich noch nicht mal geschafftes 300er bäumchen umzufällen ohne meine Axt zu reparieren hm hm ach die hält ja eigentlich ganz gut warum haben wir eigentlich den spiderschutz aus den holzframes gemacht weil wir noch keine eisen hatten warum habe ich nicht welche in der fortgesehen kein oder waren das erst ganz wenig ich weiß ich jetzt nicht ich habe nur sicherheitshalber halber wie ich hier gemacht also die schon mal hingemacht ja ähm wir können die austauschen bevor wir überrascht werden auch besser ja war so mein plan nicht oh so ja ich weiß ich bin überladen aber ich will das eisen und zwar jetzt trinke flüssigkeit ja das gehen wir hin ja einfach nach oben gucken ah genau da ist ein ganzer stein gewesen ey cool nehm ich doch mit ähm warte mal du bist reich ja das finde ich auch wie viel holz habe ich denn jetzt hier da kann man mit arbeiten ja das denke ich genau so ja ich glaube noch ein bisschen steinchen hier und dann ist mich beladen warum das denn hallo hallo schlumpfine schön dass du reinguckst herzlich willkommen hoppla hallöchen so ein bisschen eisen noch mitnehmen jo da sind kannickel wo ist es da war ein kannickel bist du das kannickel oder bist du der bleib hier nicht hinter dem baum aus da wieso ein wetter ha ich bin ein jäger ok ich bin der mit dem messer hier wo es hüpft ok du musst da mal weg gehen sonst schneide ich dir gleich ins ganz sauberer ein schuss ja wie zwölf mal fleisch aus dem viech ja das war wegen dem guten schuss achso na gut das kann ja sein weißt du ich habe nicht mit dem pfeil geschossen ich habe mit dem dünnerspieß geschossen und da ist jetzt ein bisschen mehr fleisch drin achso ja stimmt 20 uhr schon gleich halb neun ja ich bin hungrig meine ausdauer schwindet njam 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 der tor macht mächtig alarm heute ja der haut auch nicht auf den putz da oben ist noch ein bisschen da oben ist ein was ein bisschen stein achso ja wir haben hier zwei so ganz dicke steine drei so ganz dicke steine direkt vor der hausdürfe ja aber die kleinen dinge bringen ein bisschen mehr eisen ne oder war das nicht so äh ne die bringen zusätzlich die anderen ressourcen ach ja stimmt wenn du hauptsächlich auf eisen willst dann sind die dicken steine besser achso ja die müssen auch weg das nehmen ja die sicht hier ja ja so schau wups wie viel hab ich denn jetzt hier mal kurz sortieren ähm 1800 ach mensch warum denn nicht mal eier in den nästern sind skandal oder ja das ist eine frechheit absolut so das hört sich so an als ob du zu meinen füßen am dengeln bist ja so ein bisschen warum muss das aber ist ein großer klopf sein ja auch keine ahnung aber ist total interessant ne am wissen ohne ende und man verdurste ja schlimm ne wir brauchen gescheites werkzeug ja nützt nichts Weil so kommen wir hier echt nicht weiter Also, ich meine, ist hier, ne? Leider Ja, dauert auch ein bisschen was, ne? So ein Steinchen wegzuerhämmern Dann ist es ja Ich meine, bei dir geht es ja noch im Vergleich zu mir vergleichsweise zügig Ich meine, ich mache nur 14 Schaden Okay, da habe ich ein bisschen mehr Ja, du hast schon geskillt Ich hole da mal, das ist knapp hier, 5 Steine raus pro Schlag Ja, ich 2 Oder 1-1 halt, je nachdem Ja, ja Ne? Aber kannst du machen nix? Musst du gucken doof Und richtig Du bist durstig Du musst was trinken Ja Ich geh da mal rein Ich bin da jetzt ein bisschen schisser So 21 Uhr ist schon durch Und das ist schon mal gar nicht schlecht So Hopps Ich mache das mal weg hier, ne? Sehr gut Hallo zu Hause Wie geht's dir? Siehste Rein, Tür zu, ne? Boah, was ne Ruhe Schlagartig Wuppa So Das, 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 das Wird in der Autobatterie noch hier besorgt Ach ja, das Verbandsmaterial ist immer noch alles komische Komische? Jojo Aha So Also da sind Sachen drin, mit denen würde ich mich nicht gerne verbinden wollen Oh So, Dittchen dahin und Eisen hier unten gleich rein Richtig So Hopp Siehste wohl Ja, das hier ist doch auch zum Schmerzen Das ist zum Kochen Erste Hilfe Siehste So Ja Aber die Zeit ist schon wieder sowas von durch Was? Ja, das ist ja normal, ne? Dann sagen wir doch mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen Wir hoffen, es hat euch gefallen Bis zum nächsten Mal Morgen früh sozusagen Tschüssi Bis dann, tschüss